Alle drei Monate kommen meine zehn Lieblingssorten raus und gerade vor der geplanten Steuererhöhung, wo einige Hersteller auf 23 oder sogar 24 oder sogar 25 Euro gehen werden, macht das natürlich Sinn, nochmal direkt mein Top 10 Tabak-Video zu drehen. Angefangen mit dem Shades Blugasmus. Ein Blaubeere-Tabak, der aber auch noch andere Cassis-Früchte mit drin hat, ist auf jeden Fall kein Standard-Blaubeere. Für mich aber einer der leckersten Blaubeere, weil es eben nicht so Standard-Blaubeere ist. Ein genereller Trend in meiner Top 10 ist, dass da immer mehr Dark Blend mit reinkommt. Ich hatte ja letztes Jahr auch viel Tengius mit drin. Der ist jetzt aktuell raus, den habe ich sehr viel geraucht. Im Moment wieder ein bisschen weniger, deswegen diesmal nicht mit auf der Top 10. Aber wir haben hier einen neuen Dark Blend-Hersteller in Deutschland selbst und zwar Blaze. Und der Coca-Cola ist für mich ein extrem geiler Cola-Tabak geworden, der aber etwas besonders ist und nicht einfach nur ein normaler Cola-Tabak, wie zum Beispiel der Dark Side Hola. Der Coca-Cola hat für mich noch so sehr würzige Elemente mit drin. Ich denke, die Leute, die den schon mal probiert haben, die wissen jetzt auch genau, was ich meine. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr lecker, deswegen Platz 9. Eine Ausnahme von dem ganzen Dark Blend, den ich geraucht habe, ist mittlerweile eine Konstante geworden. Der Revoshi Depp Strong Doppelapfel in einer starken Variante. Die starke Variante meint nicht unbedingt das Nikotin, sondern eher den Anis-Anteil, der damit dabei ist. Aber der Revoshi ist für mich einfach meine absolute Nummer 1 geworden, wenn es um Doppelapfel geht. Ich habe immer Phasen, wo ich extrem viel Doppelapfel rauche. Dann habe ich wieder Phasen, wo ich fast gar nicht Doppelapfel rauche. Aber wenn ich Doppelapfel rauche, dann ist es mittlerweile nur der Revoshi. Platz Nummer 7. Der Lime-Hype von Blaze. Blaze ebenfalls definitiv in meiner Top 10 mit drinne. Auch wieder der geniale Dark Blend von Blaze. Blaze kommt übrigens aus dem Hause Hukain und hat einen Dark Blend rausgebracht, der fast 4% Nikotin hat. Dabei aber irgendwie durch Homogenisierungsmaßnahmen und Co. trotzdem sehr easy zu rauchen ist. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Dafür, dass er so stark vom Nikotin ist, kann man ihn sehr easy rauchen. Und der Lime-Hype einfach eine unglaublich leckere Limette. Und deswegen mein Platz Nummer 7. Beim Platz Nummer 6 ist die Dose vielleicht leider aktuell gerade wieder leer. Deswegen halte ich hier stellvertretend einfach eine andere Shades-Dose in die Luft. Der Shades Quickie. Für mich der beste Kiwi, den es aktuell auf dem Markt gibt, was Virginia angeht. Beim anderen kommen wir vielleicht noch gleich dazu. Aber für mich wirklich ein herausragend leckerer Kiwi-Tabak. Es gibt viele gute Kiwi-Tabak-Sorten. Auch der Savu ist extrem lecker. Der Kiwi-Punch von Holster ist sehr gut. Aber für mich der meistgerauchte, der Shades. Ein weiterer neuer Tabak aus dem Hause Hukain hat es auch in meine Top 10 geschafft. Fog Your Life kam raus und ich wollte euch da gerade nicht beleidigen. Das war wirklich der Name von der Marke. Und zwar ist meine absolute Lieblingssorte von der Fog Your Life Reihe der Zitrone-Minze. Allein wenn man an der Dose riecht, ist es mit Abstand das geilste, was ich jemals in Richtung Zitrone und Minze im Shisha-Bereich gerochen habe. Im Geschmack ist es jetzt nicht ganz so krass wie im Geruch. Für mich aber immer noch das Beste, was wir aktuell an Zitrone-Minze auf dem Markt haben. Läuft bei mir oft in Mischung, läuft bei mir aber auch genauso oft pur. Und das war mal wieder ein Virginia-Tabak, der mich wirklich sehr positiv überrascht hat, was in letzter Zeit bei mir nicht so oft vorkommt. Ich bin wirklich krass auf dem Dark-Blend-Trip. Aber der Fog Your Life Zitrone-Minze hat mich krass abgeholt. Und deswegen auch ein verdientes Plätzchen in meiner Top 10. Der nächste Tabak, der Holster-Bloody-Punch. Und ihr seht schon, da steht die Kilo-Dose vor mir. Und das sagt auch schon genug darüber aus, wie viel ich davon rauche. Grapefruit-Blut-Orange-Mix haben wir hier am Start. Für mich ein unglaublich geiles Ding. Er hat es ja sogar mal auf meinen Platz Nummer 1 geschafft in den vergangenen Top 10. Aber da ist er leider nicht mehr ganz. Dennoch sehr weit oben mit dabei, weil ich ihn immer noch sehr gerne rauche, immer noch sehr gerne mische. Und für mich der zweitbeste Holster-Tabak, den es gibt. So, wir kommen in die Top 3. Meine drei meist gerauchten, meist geliebten Tabaksorten der letzten drei Monate. Angefangen mit einer stellvertretenden Dose, weil auch da schon wieder das Döschen leer ist. Ich zeige euch den Must-Have-Lime. Aber es geht natürlich um den Must-Have-Kiwi-Smoothie. Ist ein Dark-Blend, ein Burly-Dark-Blend, der relativ stark ist. Die meisten Leute, die Dark-Blend rauchen, werden damit absolut keine Probleme haben. Wenn ihr noch kein Dark-Blend kennt, könntet ihr euch aber ganz schön wegscheppern. Da könnt ihr euch gerne mal den Dark-Blend-Guide angucken. Da habe ich euch erklärt, wie man sich da vielleicht am besten rantasten kann. Der Kiwi-Smoothie, eine Mischung aus Kiwi und einem grünen Apfel, die unglaublich genial harmonieren. Und für mich auch gerade in der Mischung mit einem Traubeminze noch einfach unglaublich geil schmeckt. Und deswegen definitiv mein Platz Nummer 3 für den Kiwi-Smoothie von Must-Have. Platz Nummer 2 ist ein Tabak, den wir lange nicht in Deutschland haben. Ich sehr, sehr, sehr lange drauf gewartet habe und endlich ist er da, der Dark-Side Black-Torrent. So heißt er in Deutschland, im Ausland bekannt als Dark-Side Black-Current. Black-Current, die Übersetzung, schwarze Johannisbeere. Also einfach ein Solo-Flavor, aber für mich einer der absolut besten Dark-Side-Flavor, die es auf dem Markt gibt. Der ausländische ist meiner Erfahrung her noch ein kleines bisschen geiler, aber auch der deutsche ist einfach extrem lecker. Für mich das Beste, was mir Dark-Side antun konnte und seit das Ding endlich bei mir ist, bei mir sehr, sehr oft geraucht, sehr gerne geraucht und auch sehr gerne gemischt. Also rundum glücklich mit dem Dark-Side Black-Torrent. Platz Nummer 1 muss ich ja eigentlich schon gar nicht mehr was zu sagen. Ihr wisst das alle ganz genau, was jetzt kommt. Ein Traubeminze. Und wie auch beim letzten Mal, so auch dieses Mal, der Holster Grape 2 mit einem Minz-Shot dran. Der Grape 2 ist für mich einfach das Beste, was es an Traubeminze im Moment gibt. Mit dem Minz-Shot, klar ist das natürlich umständlich. Auf der anderen Seite ist es halt einfach aktuell mit TPD und TEV, dem Minz- und Mentholverbot, die einzige Möglichkeit, die wir haben, noch gescheite, ordentliche Minze in unseren Tabak reinzubekommen. Ist natürlich nervig, dass man das anmischen muss, dass man warten muss, aber so habe ich wenigstens wirklich wieder einen Traube- und Minze-Tabak. Schreibt mir gerne eure Top 10 unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr gerne raucht. Und ansonsten gerne Abo oder Daumen nach oben da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.